In Hamburg suchen jeden Monat, laut Google, 1800 Leute nach Paartherapie. Die meisten Leute, die zu mir kommen, sind gebildet, erfolgreich. Und es geht um Kommunikation, es geht um Liebe und Leidenschaft. Es geht um Vertrauen. Wenn sie hier sind, dann trenne ich sie wieder auseinander und arbeite mit der Einzelperson zwei, drei intensive, volle Tage, bis wir über diese Enttäuschungen, Probleme und Schuldgefühle hinausgewachsen sind. Momente, wo man sich hilflos und machtlos fühlt, sprachlos fühlt. Wenn das erledigt ist, dann bauen wir eine neue Brücke auf. Und das funktioniert bei 98% der Leute erstaunlich gut. Ich freue mich, wenn wir uns bald sehen.